In diesem Video seht ihr, was passieren könnte, wenn ich als Lehrer mit Tourette arbeiten würde. Wupp! Hm. Du bist doch nicht dran! Hallo, guten Tag, ich bin heute euer Lehrer. Hallo! Hallo! Ich müsste mich jetzt begrüßen. Guten Morgen, Herr Zimmermann. Genau. So, ihr könnt euch setzen. Woll! Jawoll! Wie soll ich fortfahren? Du bist ja Lehrer! So, dann überprüfe ich jetzt mal die Anwesenheit! Hä? Hm, dieses Buch ist natürlich nicht geklaut worden. Ey, die Scheiße, du die Alter! Alles voll! Hä? Okay, also wie ich höre, Sandra ist anwesend. Yay! Äh, Lisa? Ja. Revi? Ich sehe, der neue Schüler ist noch nicht da. Wir haben nämlich einen neuen Schüler. Ist ja heiß! Ich leere werde. Ich wüsste nicht, wie ich auf Kinder wie dich reagiere. Also, ich nehme mal an, dass er sich verspätet. Er wird aber gleich kommen, hoffe ich mal. Für ihn. Jetzt bewegt deinen Arsch hier rein! Ja? Hallo? Oh, sorry, ich war ein bisschen spät. Hallo? Das merke ich. Ich such deine Eltern an. Sind die nicht Geschwister? Ne, äh... Ja, wir waren im Verkehr und es war ein bisschen... Aha! Ja, ja. Tut mir auf jeden Fall sehr leid. Okay, dann setz dich. Ja, danke. Da fehlt trotzdem noch jemand. Wer fehlt denn noch? Der neue Schüler oder was? Genau, wir haben ja also seit heute... Falls er heiß ist, er schott gar nicht. Jetzt halt endlich deine Fresse, du Dörner. Hä? Sonst können wir doch einfach schon mal ohne den Anfang. Der wird wahrscheinlich eh ohne dich sein, ne? So, also ich würde sagen, wir fangen Mathe an. Ich teile euch jetzt mal eure Klausuren aus. Ich bin echt enttäuscht. Ich musste weinen. Ha! Danke. Gerne. Ja, ne? Oh, was ist das wieder eine Fünfte? Das kann nicht wahr sein. Kann nicht sein, dass du jedes Mal... War ich gut? Äh, das musst du nachgucken. Okay. Ich werde dich nicht vor der Klasse vorführen. Alter, Ehre. Du bist immer noch in der siebten Klasse. Du auch. Hä? Von 135 Punkten nur 15 erreicht habe. Also ich würde sagen, dass du in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Nachhilfe nehmen musst in Mathe. Bei mir hat es auch nichts gebracht und sieh, wo ich gelandet bin. Hä, warte mal, ich habe hier wirklich eine Note 6. Ich habe halt echt eine 6. Ja, ich habe eine 6. Hä? Ah, da bist du ja. Sorry, was geht? Mathe-Unterricht geht. Perfekt. So, das ist euer neuer Schüler. Das ist ja richtig scheiße. Könntet ihr euch bitte benehmen, ich sage das. Hm, das wird nicht echt wissen. Schaut da einen Hund. Ähm, eigentlich sind Haustiere hier gar nicht erlaubt. Ja, und? Äh, ich, dann setz ihn einfach neben dich. Durchsetzungsvermögen. Ja, das ist, das ist euer neuer Mitschüler. Wie heute? Obwohl du noch nie hier gewesen bist, habe ich trotzdem eine Klausur für dich. So. Guck nicht so blindert. Das dürfen wir aber nicht. Was? Ja, die Füße auf den Tisch. Willst du auf die Fresse haben oder was? Ey, warum machst du direkt Stress? Was ist das für ein Opfer? Gut. Ich finde die neuen Mitschüler voll komisch. Willst du nicht, kann ich wieder gehen? Nein, bist du nicht. Ja, merkst du, ne? Ja, also daran kann man erkennen, dass das Leistungsniveau in dieser Klausur... Einen Augenblick. Lehrer! Ja? Warum habe ich eine 6, wenn ich nicht mitgeschrieben habe? Tut das Vieh von dem Tisch. Du bist fast 30 und gehst immer noch in die Sitzungsklasse. Hä? Ist das so ein Opfer? Das sagt man nicht zu seinen Mitschülern, du hässlich Aurora. Also da wir hier einen neuen Mitschüler haben... Ist einfach alles falsch. Hören wir jetzt endlich zu! Nein. Doch. Nein. Sogar der Hund sagt das. Der Hund fällt mich an. Also da wir hier einen neuen Mitschüler haben, würde ich vorschlagen, dass sich alle ein Namensschild basteln, wo ihr eure Namen falsch schreibt. Da wir einen neuen Mitschüler haben, bitte ich euch... Ja, bleibt doch dein Tisch. Sitz! Ey, du gibst... Das reicht, du gehst jetzt raus und da wirst du enthauftet. Komm her! Nein! Ha! Was? Ich hatte zu viele Nummer und hab meine Papier aufgegessen. Ich bitte darum. Bitte was? Ich hab jetzt zu viele Nummer und hab mein ganzes Papier aufgegessen. Ach, deswegen siehst du so aus. Ja. Sie ist betrunken, glaube ich. Die riecht übertrieben nach Alkohol. Wer auch. Das ist eine Lüge. Ich bin der Lehrer, ich darf das. Ey, ey, gib mal deine Schuhe. Nein. Gib mal deine Schuhe. Warum soll ich dir jetzt mal eine Schuhe geben? Schuhe. Wenn Sandra das sagt, was... Mag dich jetzt schon nicht. Du hast dich mit einem Falsch angelegt. Ihr bastelt euch jetzt Namensschilder, sonst mach ich einen Amoklauf. Ich bräuchte einen Stift. Kann mir einer einen Stift leihen? Hier. Besorge ich dir. Kein Geld für Stift. Die Alte hat genug. Ja. Hier. Das gehört dir jetzt nicht mehr. Gib deine Uhr. Gib ihm die Uhr. Gib deine Uhr. Dein Hund sieht dich bedrohlich auf. Und jetzt hör auf, über den Tisch zu reden. Hast du einen Stift? Hier. Hier wird nicht mit Sachs gebrochen. Gib mir eins. Hebe den auf. Hebe den jetzt auf. Du hebst den auf. Ich mag dich nicht mehr. Warum? Was hab ich denn gemacht? Tu es da hin. Schreib meinen Namen da drauf. Nein. Du schreibst jetzt seinen Namen da drauf. Nein, du schreibst seinen Namen da drauf. Ach, egal. Erkennst du, was das ist, Herr Lehrer? Ist das eine Gitarre? Ja, richtig. Alle anderen haben es nicht erkannt. Ich hab einen großen Traum in meinem Kopf, dass ich... Hast du etwa Drogen genommen? Heute nicht. Nein. So, sehr gut. Also die deutliche Mehrheit kann schreiben, das finde ich super. Lehrer. Ja? Der hat das falsch gemacht. Man kann das nicht hinstellen. Ja, aber du kannst es auch einfach selber machen. Ich werde hier gemobbt. Können Sie mir vielleicht mal helfen? Schreib das da drauf. Hier wird nicht mit Sachen rumgeworfen. Darf ich das mal helfen? Nein. Bitte. Nein. Hallo. Nicht. Sind wir gerade beim Sport? Nein, wir sind im Matheunterricht. Ruhe. Trägt dich in die Tonne rein. Warum sitzt du eigentlich nicht auf deinem Platz, du Arschloch? Herr Lehrer, das ist der Kameramann. Halt die Fresse, hier gibt es keine Kameras. Hörst du auf? Herr Lehrer, bitte. 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 Warum? Ich kann das eh nicht spielen. Doch, ich bring dir das bei. Du kannst das. Du kommst gleich als erstes an die Tafel. Verzeihung, das hatte der Hund im Mund. Okay, danke. Hm, bei den Ausländern geht das. Lehrer, hast du Feuer? Es gibt höchstens Feuer, Alarm und dann mache ich das. Weg damit. Er ist hier. Er ist hier. Lehrer, Lukas. Hohe! Taschenrecher sind aktuell noch nicht erlaubt. Ich suche mir gleich jemanden aus, der das mal an der Tafel vorrechnen möchte. Wala, ich kann das selber nicht. So. Gibt es Freiwillige hier? Er ist noch neu. Lehrer, Lukas will. Dann komm doch mal bitte nach vorne, Lukas. Ach, du bist sogar schon fertig? Ach, du bist tatsächlich schon fertig? Ach so, wir sollten schon anfangen. Ich dachte, wir machen es halt zusammen. Eigentlich nicht, also der war es doch schneller. Dann kannst du das hier mal ausrechnen. Falsch. Vielleicht verstehe ich dann, wie es geht. Ja. Was in der Klammer steht, wird zuerst gerechnet. Wo kommt die Ratte her? Ich meine dich. Ist das ein 12? Ja. Alter, bist du scheiße. Hey. Hier wird nicht geworfen und nicht mit dem Hund gespielt. Dann rauch lieber eine. Wenn du dann wenigstens die Fresse hältst, für dich gilt das nicht. Genau, Simon, du wolltest was sagen? Genau, ich wollte einen Tipp geben und zwar Minus und Minus ergibt Plus. Glaube ich. Ja? Hm, stimmt das? Minus plus Minus, nein, Minus plus Minus ergibt noch mehr Minus. Du darfst nicht jetzt. Du bist die schlau, du bist die klassische Hörer, das ist richtig. Sie hat bei mir abgeholt. Sie hat bei mir abgeholt. Herr Leber. Hör auf rumzerstreien, sonst kriegst du eine Zuhälterstelle. Der Ergebnis. Dann schreibe ich eine Aufgabe an die Tafel, dann kannst du sie ja direkt vorrechnen. Ich mach gar nichts, mach ich, nein. Doch, nichts mehr. Nein, mach ich nicht. Nein, ich mach nichts. Muss ich deine Eltern anrufen? Ja, ich hab keine. Hä? Arschkind. Niemand darf merken, dass ich das selbst nicht kann. Das Handy kommt weg. Ist Alper in Ordnung? Nein. So, also wer hält sich jetzt für so schlau, dass er das tatsächlich direkt ausrechnen könnte? Ohne auf das Schrad zu gucken. Du musst uns auch bitte mündlich deinen Rechenweg beschreiben. Lisa, möchtest du das an der Tafel vorrechnen? Eigentlich nicht, aber kann ich schon mal... Dann komm bitte. Lisa. Bewegt deinen Arsch, Kiesa Lüppas. Lisa. Also, da ist ein Minus, das bleibt. Und ein 48. Ohje, ich hab ganz vergessen, dass ich blond bin. Hört auf zu lachen, die kann nichts dafür. Wir nehmen einfach das Minus und dann streichen wir die 6 und die 4 und schreiben einfach 8. Ach, so einfach geht das? Man kann nicht einfach Sachen wegstreichen. Doch, rechte Mannache ist richtig. Das stimmt. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, okay. Besser als der und als die Alte. Könntest du bitte damit aufklagen? Mit was? Hör auf, das zu blenden, sonst kriegt der Lehrer einen epileptischen. Mach weiter, das gibt gute Einschaltquoten. Hör auf zu singen. Hör auf zu singen. Setz das Ecstasy endlich ab. In meinem Unterricht gibt es keine Drogen. Äh, gut. Also vom Matheunterricht hätte ich mir tatsächlich etwas mehr erwartet. Wir kommen jetzt direkt weiter zum Deutschunterricht. Wenn du dich doch einmal bei nebenben nimmst, dann wirst du gesprüht. Soll ich das bei dir machen? Tu die Kippe weg, sonst führe ich sie in deinen Arsch ein. Von mir aus auch in den Hund. Wenn du noch einmal stört, ich führe das so tief in deine Nase rein, bis es in deinem Gehirn ankommt. So, ich hab gar nicht so. Ich bin doch ein Corona-Tipp. Du tust das weg. Was willst du für eine große Kippe? Boah, Digger. Du tust das weg.